Ich heiße Anita. Ich heiße Lolita. Ich bin eine Hure. Nein, ich. Nein, ich bin eine bessere Hure. Ach, Halsmaule, du billiges Flittchen. Halt, du liebe die Fresse, Mädel. Echt, ei. Ach, sorry, wir beide sind geile heiße billige Huren. Zufrieden jetzt. Ne, ich bin eine Hure und du bist eine Nutte. Na ja, egal, ich arbeite im Puffkalente. Jetzt sind wir zufrieden, okay? Ja, dieses Video wurde gemacht von Danny für Popo Schoko TV. YouTuber Ende.